Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte euch den Antrag zum Berliner Mietendeckel vorstellen. Wir haben als Berliner SPD in den letzten Wochen und Monaten, das habt ihr alle mitbekommen, ein Thema gesetzt. Und das ist die Wohnungspolitik. Und wir haben uns dieses Thema nicht willkürlich ausgesucht, sondern wir haben es uns ausgesucht, weil es ein Thema ist, was alle Menschen in dieser Stadt betrifft, weil Wohnen ein Grundbedürfnis ist und weil sich zweitens in diesem Thema das Problem in der Stadt in den letzten Jahren so krass vergrößert hat wie in kaum einem anderen Themenbereich. Die Mieten steigen auf exorbitante Art und Weise an. Und dabei geht es nicht mehr nur darum, dass die Mieterinnen und Mieter jetzt eben halt mehr bezahlen müssen als früher und das schade ist. Und das Problem ist auch nicht so, dass die Mieten nur so stark gestiegen sind, dass es jetzt die armen Menschen in der Stadt sich eine Wohnung nicht mehr in ihrem Kiez leisten können. Sondern die Mieten sind in den letzten fünf, sechs Jahren so krass angestiegen, dass sich selbst Menschen, die gut verdienen, keine Wohnung mehr in ihrem angestammten Kiez leisten können. Zum Beispiel, wenn sie sich vergrößern müssen, weil sie eine Familie gründen wollen. Und selbst die, die gutes Geld verdienen, an den Stadtrand oder nach Brandenburg verdrängt werden. Das ist das Problem bei der Mietenpolitik. Und deswegen müssen wir uns darum kümmern, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Genossinnen und Genossen, ihr wisst, dass wir ein Instrument, ein mietrechtliches Instrument vorschlagen. Dazu sage ich gleich noch später mehr. Ich fand es ganz interessant, dass nachdem Eva Högl, Kilian Wegner und ich diesen Vorschlag gemacht haben, ganz viele auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Julian, ihr dürft aber das Bauen nicht vergessen. Das Bauen ist auch ganz wichtig. Und ich sage denen, die das gesagt haben und euch allen anderen auch, und das meine ich ganz ernst, natürlich bleibt es richtig, möglichst viele bezahlbare Wohnungen in dieser Stadt zu bauen. Natürlich ist es so, dass wenn wir jedes Jahr Zuzug haben, wenn immer mehr Menschen sagen, sie wollen nach Berlin kommen, sie wollen in dieser Stadt leben, dass wir mehr Wohnungen brauchen. Sonst ist dieses Problem nicht zu lösen. Das müssen wir mit aller Entschlossenheit vorantreiben. Eine Stadt, die immer mehr Menschen hat, braucht auch mehr Wohnungen. Und deshalb wollen wir als Berliner SPD Wohnungen bauen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben unsere Strategie aber auch erweitert. Denn es ist klar, dass ein Instrument nicht mehr ausreicht. Wenn wir in andere Städte gucken, Wien ist da das beste Beispiel, dann zeigt sich eben, den Wohnungsmarkt zu regulieren, für günstige Wohnungen zu sorgen. Das geht dann am besten, wenn der Staat, wenn die Allgemeinheit, wenn die öffentliche Hand, wenn wir alle Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnungen sind und darüber Mietpreise regulieren können. Die Allgemeinheit, das sind wir alle. Wir können dann entscheiden, ob wir Wohnungsmieten auch mal senken. Wir können darüber entscheiden, ob wir das Mietniveau stabil halten. Und dabei geht es uns darum, natürlich nicht nur da Wohnungen zu rekommunalisieren, wo die Mieterinnen und Mieter am lautesten schreien oder am meisten auf Twitter aktiv sind. Sondern es geht uns darum, dort zu rekommunalisieren oder zu kommunalisieren, Wohnungen also zurückzukaufen in den Bestand der öffentlichen Hand, wo es Sinn macht, weil wir einen Schwerpunkt setzen wollen und vor allen Dingen nach sozial gerechten Kriterien. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen diese Strategie auch verfolgen. Wir müssen den Wohnungsmarkt entspannen, indem wir Wohnungen auch zurückkaufen. Und deswegen haben wir als Berliner SPD gesagt, wir wollen auch jetzt Wohnungen kaufen. Und liebe Genossinnen und Genossen, es ist aber ein dritter Punkt wichtig. Bei all diesen Instrumenten, die ich gerade aufgezählt habe, ist klar, sie wirken mittelfristig und sie wirken langfristig. Und bevor die Baulobby da jetzt Schnappatmung kriegt, das bedeutet nicht, dass ich diese Forderung relativieren will. Natürlich müssen wir sie trotzdem mit aller Konsequenz vorantreiben. Aber wir müssen eben auch dafür sorgen, dass wir in drei oder in vier oder in fünf Jahren, wenn die Wohnungen, die wir bauen wollen, gebaut sind, dass da die Lage noch nicht zu spät ist. Dass wir da noch eine Chance haben, die Stadt so lebenswert zu halten, wie sie ist. Denn es ist doch klar, wer einmal verdrängt ist, den kriegen wir nicht zurück. Wenn Stadtwirtel einmal gekippt sind, dann kriegen wir sie nicht wieder umgekippt. Und deswegen müssen wir jetzt auch ganz kurzfristig etwas tun und kurzfristig handeln. Und dafür haben wir ein Instrument, liebe Genossinnen und Genossen. Dieses Instrument ist der Berliner Mietendeckel und den möchte ich euch jetzt noch vorstellen. Ich glaube, dass der Mietendeckel die Berliner Wohnungspolitik entscheidend vorangebringen kann. Und was bedeutet der Berliner Mietendeckel? Der Mietendeckel ist das wohl schärfste Instrument, was die politische Debatte zum Thema Mietenregulierung zu bieten hat. Ein Mietendeckel bedeutet, dass alle Mieten von bestehenden Wohnungen eingefroren werden. Aus verfassungsrechtlichen Gründen zunächst für fünf Jahre, aber mit der ganz klaren Option, das auch zu verlängern, wenn in fünf Jahren der Wohnungsmarkt nicht entspannter geworden ist. Und mit so einem solchen Deckel setzen wir eben nicht nur ein klares Zeichen, sondern wir sorgen dafür, dass die Preisspirale wirklich auch effektiv gestoppt werden kann. Denn was den Mietendeckel, liebe Genossinnen und Genossen, zu einem solchen scharfen Schwert macht, ist, dass er kurzfristig umgesetzt werden kann. Und das unterscheidet ihn von allen anderen Instrumenten. Wir machen ein Gesetz, das kann man jetzt relativ zügig erarbeiten und dann gilt das Ganze. Es gilt sofort, es ist attraktiv und es hat den Vorteil, es kostet den Steuerzahler keinen Cent. Liebe Genossinnen und Genossen, ich appelliere an euch, lasst uns dieses wirklich scharfe Schwert nutzen. Lasst uns deutlich machen, dass wir entschlossen auf der Seite der Mieterinnen und Mieter in dieser Stadt stehen. Und ja, lasst uns auch radikal sein in der Mietenpolitik. Der Berliner Mietendeckel ist ein Instrument, das sofort wirkt, das unglaublich effektiv ist und das den Steuerzahler nichts kostet oder wie die Berlinerin sagen würde, da kann man nicht meckern. Herzlichen Dank. Applaus 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 Applaus